Back in Action hier in Saints Row mit den Waschbiber und den Kassel. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Johnny. Ein bisschen Unruh stiften, allerdings haben die Aliens ganz schön aufgeforstet. Das heißt, wir machen uns ein bisschen dicke Waffen mit so. Und wir machen es gerade auf dem Weg, ihn zu holen. Ist nicht ganz so weit, dass wir ihn fahren heute in meiner Runde. Mit dem Verminator. Oh, wir machen den Katzenmauspiel. Oder was? Nein. Ja, doch, ich habe eine Maus. Du hast eine Katze. Ernsthaft, da hast du die Maus rausgeholt. Das ist der Verminator. Ich habe schon gesehen, dass ich eine Katze habe. Also ich bin der Mann, wir machen den Katzenmauspiel. Aber erstmal muss ich mein Auto kaputt. Wow, dass ich, dass ich, nicht dass ich noch an einem Stück bin. Das war es einfach mal wirklich. Oh yeah. Ich bin aber auch schon fast da, nur noch 300 Meter und damit sollte ich, glaube ich, auch einen Ticken eher ankommen als du. Nicht wirklich viel, aber ist übrigens aufgefallen, dass du, wenn du auf dem Motorrad oder auf so einem Trike hier sitzt, dass du dann automatisch Pistolen oder Maschinenpistolen anlegst. Egal was du vorhanden hattest. Ach, wirklich? Das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, weil du halt auf dem Motorrad keine großen Waffen benutzen kannst. Ich port dich mal her. Weißt du, das war eine dumme Idee. Weil, wenn man mitten im Fahrt ist. Ja. Du weißt, aber ich habe so einen Massen nach dem Ideen. Oh ja. Okay. Er hat Feuer. Autsch. Ey. Planet der Affen. Okay. Ha. Oh man, der wird immer noch kranker. Oh. 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 Da da. Haben wir den. Ah, cool. Oh. 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 Okay, der mal los will. Ich habe doppelt. Oh. 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 Okay, wir haben ja auch gar keine Superkräfte getragen. Mo, der ist schockt. Tanja. Oh. 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 Ich brenne! Nein, Schauschütze, Schauschütze! Na dann, brenne ich eben! Oh nein, ich kriege die Schauschütze nicht! Juhu! Ich nehme mal... Ihr Flasche hat bekommen was ihr verdient... Geht ihr weiter? Sehr geil! Oh, Strom, Strom, Strom! Noch viele Punkte, Schlag und Schlag! Mit meinem Dildo. Mit meinem Dildo? Das hat sich jetzt komisch angehört. Toll, lass auch. Der Hotdog Kree kommt auch nach heim, keine Sorge. Oh. Oh man. Kurz warten, und los geht's. Oh Johnny ist da. Und saaas! Ich würd sagen mal 5 Oh je. Axell ist offen. Aber die deeper ich nochmal mitnehmen. Es ist noch nicht vorbei. Geschenke! Oh nein, was ist denn? Toilette! Oh mein Gott, ich sehe nicht mehr. What the fuck? Oh mein Gott, siehst du noch was? Nein, ich sehe nichts mehr, siehst du noch was? Oh ja, oh oh oh! Okay. Oh, der auch Zeit. Was ist denn? Äh, was ist denn? Ja, Mann! Das macht Laune. Oh, hier. Oh, 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 oh! Ja, 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 was ist denn vorhin? Vorhin war es Stilpol. Luchadores, schwelle Hacker-Dudes und europäische Arschlöse und schwarze Züge. Luchadores? Was, du meinst Wrestler? Ja, Herr. Und ich dachte, Stillwater hat einige verdammte Gangs. Du musst die ganzen Katzen-Sachen mit abknallen, das bringt richtig extra Punkte an der Stelle. Ah, wirklich? Okay. Also Köpfe und Kohle, wenn sie die draufkaufen. Oh, oh. Zimos und Oleg, sind sie auch auf dem Schiff? Oh ja. Oh ja. Haha. Und ein Schrasse. Mehr Punkte für alle! Wow. Oh nein, was ist das denn jetzt? Ich bin rein. Wir sind im Kreis. Ich bin immer noch rein. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Du musst mich nicht deduzieren. Haha, deduzieren. Klar. Aber immer. Oh, was war das? Böse... Böse Werbeis-Katze. Oh nein, ich bin da. Oh nein, Terminator, Terminator, Terminator! Oh doch! Helft mir, Vater! Hey, was ist ihr Deal? Sie ist gar nicht weg! Jetzt reiche ich mich an dem Terminator! Aber auch nicht! Oh, ich glaube ich habe ihn! Kommt noch mehr! Kommt noch mehr! Auch für Schande! Oh Gott! Oh Gott, ich brauche Leben! Ich brauche Leben! Raketenwaffe! Dringend! Hm! Gut, wir haben ihn! Nein! Er macht's weiter! Unglaublich! Oh je! Wow, da ist noch einer von dem Geraden! Ah, ich kriege alle! Nein! Nein! Toll! Ich sehe nicht, aber was? Mach dir die Sachen kaputt! Ich habe dich! Ach, du Schande! Jetzt bin ich da für ein Eimer! Ich weiß! Ach, du Schande! Oh Mist! Oh Mist! Gott, ich treffe ihn ja richtig! Ich habe einen! Da ist nur noch einer! Da gibt es noch zwei! Okay, wir haben sie! So, wir haben es! Nein! Einer ist noch da! Ich brauche hier einfach, denn es gibt mehr Exit! Achso, wir brauchen Punkte um den Exit zu erreichen! Genau! Okay, schnell zum Exit laufen! Okay, schnell zum Exit laufen! Das ist noch eine Exit! Nein! Okay, wir haben es! Ohohohoho! Ohohoho! Was für eine Mission! Ohohoho! Was für eine Mission! Was hast du? Ohohoho! 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 Wir haben nichts, aber doch wir haben wieder Kräfte! Und jetzt gehts ab! Wir haben wieder Kräfte! Ohohohoho! Ohohoho! Ohohohoho! Da würde ich immer sagen, kann man doch jetzt unsere Telekinese nutzen, um auch noch für Dinge zulässig zu machen! Ohohohoho! Ganky Girls? Aha, hier gibt es Riesenvolt, Leute. Das kann man da mal nur machen. Wie wäre es nett? Das! Das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe keine Rolle auf meinem Seite in dieser ganzen Simulation. Und der Fahner zu tun ist, dass sie das auch machen. Oh Gott. Oh Jesus. Now can we quit being pussies and shoot these fucking mascots? I hope you don't mind, but I took this opportunity to create something special for you two. Okay, I think the entrance is... Yeah, we can get out of here. Come here. Very nice. Oh man. Wow. Wow. Ah, I have my chest. We need to shoot people. Can you put them in? Put them in. Put them in there. There's some extra points. You can put them in there. You can put them in there. Yay. You can put them in there. Come on. Huh. Is there a red gold gold right now? Yeah. I have a Genki gold. Can I get that Genki gold over there? I'll try it again. Yay. Yeah. Okay, we're here. Now one. Now one. What's up? Oh. Philippe. Neither of you really got the chance to take out your frustration. Meh. You just might be a genius after all. Please. You just think a couple of hooligans such as yourself could take me. Oh no. Ah. Aua. Super ethical boss fight, Bobby. This is the type of conflict you live for, Zach. I'll give him. I'll give him now. I'll give him now. I'll give him more. Come on. Oh no. Oh no. Oh no. He eats too much. Oh no. Too late for mercy now. He has no chance. Oh no. I don't believe it. I don't believe it. And like that. Philippe Loren. Oh no. 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 This is getting a little weird for anyone else. But just me. Yeah. Matt get us out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Let's go Scotty. Get side. Spars side. That's all. That's all. That was interesting and funny. That's a Labyrinth, right? Labyrinth of death. Yeah. Yeah. That's our opponent. And we have a new Johnny Gert. The super guide. Oh yeah. And super powers. Okay. Everything is lost. Yeah. 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 Hey. Hey. Das ist mein Auto. Das war mein Auto. Okay. Mit neun Eindrücken. Ach mein, mein, mein. Das war nicht normal. Dann lass uns doch mal einmal ganz kurz ein bisschen Verwüstung anrichten. Denn das können wir doch so gut. Hey, wie wär's wenn man ne nukleare Bombe zünden, du weißt schon, in dem wir höher und höher und höher rennen und das auch. Du meinst, indem wir mal hoch hinaus wollen. Ja. Machen wir wieder runterkommen. Die bestehhaft aller Zeiten. Ich steh bereit, stehst du auch bereit? Oh ja, ich geh jetzt mal ab nach oben. Und wir kommen runter wie eine Bombe. Ah, ich hab die normalen Knaller. Hätte etwas erhöhter sein müssen. Du musst hör, du musst viel, viel höher und weißt, wir werden eingefallen. So, aber jetzt meine Herren, jetzt meine Damen, achtet drauf. Und ihr werdet schläben. Uuuui. Und noch eine. Oh yeah. Was für ein Knaller. Die ganze Welt ist hier um uns herum. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns heute von Science Row. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Das Labyrinth des Todes. Was für kranke Sachen Genki sich da ausdenkt. Daraufhin sag ich nur Funtime für uns. Yeah. Und nach der zweiten Runde ist Johnny dann auch warm geworden. Also noch mehr Funtime. Wuhuu. Danke fürs dabei sein. Die Folge ist leider zu Ende. Aber keine Sorge, die nächste kommt. Unterstützt uns mit einem Abo, Like oder Kommentar. Ciao. Danke.